Und nun die Länder unserer Erde, präsentiert von Jaco Wormer! Norwegen, Schweden und Island und Finnland und Deutschland ist euch ja bekannt! Schweizer und Österreicher, Tschechien, Slowaken, Italien, Türkei, Griechenland! Polen, Rumänien, Schottland, Albanien, Irland, Dikus und Oman! Bulgarien, Saudi-Arabien, Ungarn und Zypern, Irak und Iran! Dann Syrien, Libanon, Israel, E-Jordan, Zweitjemen, Kuwait, Varanjah! Denn Niederland, Luxemburg, Belgien und Portugal, France, England, dann Spanjah! Indien, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal und Bhutan! Und Kambodscha, Malaysien, Bangladesch, Asien, China, Korea, Japan! Die Mongolei, Laos, Tibet, Indonesien, Philippinische Insel, Taiwan! Ceylon, Neu-Guinea, Sumatra, Neuseeland, Afoneo und Vietnam! Tunisien, Marokko, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana! Mosambik, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algerien, Ghana! Burundi, Lesotho und Malawi, Togo, Sahara, Sahelsen und Nun! Niger, Nigeria, Chad und Liberia, Ägypten, Benin und Kabul! Tansania, Somalia, Kenia und Mali, Sierra Leone, Agil! Darum in Amirien, Senegal, Libyen, Kamerun, Kongo, Sahir! Äthiopien, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Kaman! Hongkong, Abu Dhabi, Katar und auch Serbien! Slowenien, Kroatien und auch noch Bosnien! Monaco, Liechtenstein, Malta, Palästina, Fiji, Australien, Sudan! Für uns ist das Explorer! Vielen Dank.